ARD Text im Auftrag des ZDF Ich mach dem fast überhaupt kein Damage Ich weiß nicht welcher das ist, nach dem mach ich ein bisschen Damage Ja, ja Ist der Richtige, ich glaub es wird nicht Ich glaub das ist der Richtige Zufällig Oh Scheiße, der ist sauer Also dem mach ich Damage Halt's Maul Boah, hoffentlich ist es der Richtige Der Künstler schickst nicht in drinnen Wow Oh Funktioniert's, oh Gott Also das muss ich jetzt mit jedem machen oder was Boah Ernsthaft Mit dem kann ich's grade machen Probier mal den nächsten aus Äh, den nächsten hab ich gesagt Dann mach ich wieder kein, äh ok, es geht Viel zu wenig Damage, Leute Es geht, aber Es ist wahnsinnig wenig Damage Was du da machst Aua Du kannst nicht widerstehen Du kannst nicht widerstehen Boah, das ist Hardcore Defight So Ah, Scheiße Ah, Scheiße Nimm du den Richtigen, du Drackel Man, mühselig, Leute Gebt doch mal Leben wenigstens Ja, aber minimal Scheiße Das ist Hardcore, hier der Fight Nimm schon Damage, aber ist viel zu wenig, wenn ich mich fragen Du willst dem Hexenkönig Oh, Scheiße Au, 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 au Schweine Ich bräuchte wieder Leben, aber Oh, Mann Die Macht, Mordor Duldet keinen Wider Ja, labert, ne, zu viel Oh, oh, oh Eine saftige von ihm und ich bin down Das ist jetzt mal, hält fast nix aus hier Oh, den einen kriegen wir nur hin, da Ah, ah, Scheiße Uhuhuhu Oh, Leben Oh, Gott Das ist schon beschissen Na gut, die zwei schaffen wir Oh, Scheiße Hardcore Du 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 Esst zu uns Und jetzt kommt der wieder von hinten, der der Drodel Und wenn er in der Ecke steht, ist das ziemlich scheiße Ah. Ich muss ein bisschen leben. Nein, ja, nur, Leute. Scheiße. Alter. Wow. Ah, saug ihn. Oh, 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 scheiße. Saug, 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 saug. Saug, du Sau. Oh, Gott. Das war ein Hardfight. Puh, Leute. Puh. Aber geschafft. War knapp. Oh, der ist sauer. Beuge dich deinem Schicksal. Oh. Bringt ihn zu mir. Steh auf, Waldläufer! What the heck? In dem Evangelium. In dem Evangelium. In dem Evangelium. Ich habe den Palantir und wir haben den neuen Ring gefunden. Das war gar nicht das Sauen, das war nur ein Lakaal. Und was soll mit Kankra geschehen? Entsende die Nazgul, sieh alle. Holy moly. Holy moly. Holy moly. Holy moly. Holy moly. Es ist also wahr. Du hast mich getötet. Und dennoch lebst du. Wie fühlt sich das an, den Tod zu überlisten? Spürst du den Schmerz? Leidest du? Was ist mit der Stadt? Mit dem Palantir? Die Nazgul haben sich beides genommen. Sie gehören jetzt dem dunklen Herrscher. Ich habe versagt. Du musst weiter kämpfen. Sie trägt das Licht Galadriels. Wir können den Ring zurückholen. Euren Ringen haben wir all das zu verdanken, Elbenherr. Ihr könnt ihn sehen. Ich sehe ihn. Wer seid ihr? Ich bin die Klinge Galadriels. Seit wann lässt sich Galadriel mit Assassinen ein? Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Das solltet ihr doch am besten wissen. Erzähl mir mehr von diesem Ring. Mit ihm wollten wir Sauron bezwingen. Aber wir verloren ihn an Kankra. Die Nazgul werden die Macht des Rings spüren. Er darf Sauron nicht in die Hände fallen. Das Licht Galadriels gibt es uns! Schweig still! Mein Licht wird uns beschützen. Doch ich gebe es niemals her. Wir müssen uns beeilen. Versuch Schritt zu halten. Versuch Schritt zu halten. Komm Waldläufer! Folge! Der Tante! Alles klar! Mal kurz auf die Karte schauen, Leute! Was sind sie? Okay. Keine Ahnung. Oh, die mischt schon gut mit da. Jaja, du stehst hinten. Ich bin voll. Nur mal so nebenbei. Ja, ich will die auch nicht bekämpfen. Wir müssen nur das da haben. Weil das rentiert sich schon. Das rentiert sich schon, Leute. Wenn wir das nehmen. Boah. Boah. Echt? Okay. Spinnenviecher! So ein Pfeiler war wieder. Und er soll uns schützen. Doch nur meine Hand soll es führen. Mist Viecher überall, he? Wir sind fast da. Mach dich bereit. Und weiche nicht von meiner Seite. Jaja. Komm schon. Komm schon. Kein Problem. Abonniert dich. Dürgüvors. Na Gile. Ja. Tö, ich bin ein. Na Gile. Ja. 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 Ich spinne hier halt auch Spaß. Ein bisschen Saladetante. Warum? Opfer müssen gebracht werden. Wieso jetzt? Nimm den Ring. Führe deine Armee. Dein Pfad wird sich dir zeigen. Ah, vielleicht kann ich jetzt rekrutieren. Wenn ich so weiß, können wir hier irgendwie eine Armee aufbauen. Freue ich mich auch schon drauf, Leute. Der Ringgeist ist fort. Du musst diesen Ring zerstören. Er gehört jetzt uns. Ihr werdet eurem Ruf gerecht, Caleb Rimbur. Dieser Ring ist anders. Mit ihm können wir Sauron bezwingen. Ich richte Menschen, die im Bann dieser Ringe stehen. Du willst nicht enden wie sie. Wenn die Zeit gekommen ist, tue ich, was getan werden muss. Vielleicht. Du solltest von hier verschwinden. Die Ringgeister kehren wieder. Das tun sie immer. Wir werden uns wiedersehen. Verständnis. Fuck. One. Zhang, du solltest der Ringgift nicht. Das war's für heute. Hörst du das auch? Das ist der Wald von Karnan. Und für uns nicht von Belang. Talion. Wir brauchen eine Armee. Ja. Da. Dieses Lager ist voller Krieger. Unsere Kriege. Und wir sind beim Akt 2. Aufstieg zur Macht. Beherrschung. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik